Das ist die einzige Forex-Strategie, die du brauchst. Hi Leute und damit willkommen zu dieser Forex-Strategie, die ich euch heute einmal präsentieren werde. Denn wir schauen uns heute einer meiner persönlichen Forex-Strategien da draußen an. Wie ich den Forex-Markt trade und wie auch du davon in Zukunft profitieren kannst. Dafür nutze ich persönlich zwei ganz wichtige Faktoren. Das eine nennt sich das sogenannte Momentum. Denn wir schauen uns vor allem den Markt in Lifetime an. Wie das Momentum da eine riesige Rolle spielt. Und gleichzeitig gucken wir uns einmal das Thema Market Structure an. Denn wir werden uns die Struktur des Marktes einmal genauer angucken. Und aufgrund dieser Basen dann einmal den Forex-Markt gemeinsam traden. Wie diese Strategie funktioniert, was du dafür wissen musst und noch vieles mehr. Das wirst du jetzt einmal alles in diesem Video erfahren. Wenn du jedoch auch Bock hast in Zukunft von meinen Trades zu profitieren. Dann check jetzt einmal den ersten Link unten in der Videobeschreibung aus. Denn da kannst du in Zukunft all meine Trades kopieren und somit auch von meinen Profiten profitieren. Check das Ganze an der Stelle gerne einmal ab. Ansonsten, wenn dir das Ganze dir gefällt, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Wir fangen jetzt an mit dem heutigen Forex-Video. Und let's go! Wie ihr seht, sind wir jetzt hier direkt einmal schon im Forex-Markt drin. Und zwar um genau zu sein im Euro-US-Dollar. Wichtig ist, ihr könnt diese Strategie aber natürlich auch in jedem anderen Forex-Paar einmal anwenden. Das ist hier eigentlich vollkommen egal. Ich persönlich trade aber am meisten Euro-US-Dollar. Jetzt bevor wir hier anfangen, erstmal wichtig heraus zu kristallisieren, was es denn überhaupt alles für Arten von Trades bzw. auch von Strategien gibt. Das eine, was wir haben, ist natürlich das sogenannte The Trend is your friend. Das heißt, wir traden einfach mit dem Abwärtstrend und versuchen uns immer an guten Stellen für einen Short-Trade zu platzieren. Da kommen wir auch gleichzeitig zu einem der größten Fehler da draußen. Und zwar wollen die meisten Trader von euch da draußen oder generell die meisten Trader immer den sogenannten perfekten Einstieg erwischen. Aber Leute, ich kann euch sagen, den perfekten Einstieg zu treffen ist in der Regel nicht möglich bzw. sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend auch ein Punkt, weswegen sehr, sehr viele Leute da draußen ihr Geld verlieren oder aber gewisse Trades auch verpassen. Die zweite Art von Verläufen, die wir haben können, ist, dass wir hier eine Pattern-Formation haben und diese dann nach unten weiterhin ausbricht. Wie in diesem Beispiel jetzt hier einmal das sogenannte Double Top, was dann hier in eine weitere Abwärtsformation einmal reingeraten ist. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch solche Sachen und das ist das sogenannte Momentum, in dem wir hier auf einmal einen starken Ausbruch in eine Richtung sehen und somit hier den Support gebrochen haben und geretestet haben und dann nach unten ausbrechen. Und das ist einmal die Strategie, die wir uns heute angucken. Wie das Ganze funktioniert, das werdet ihr natürlich jetzt einmal ganz genau erfahren. Ich werde euch jetzt natürlich einmal diese Strategie in der Theorie ein bisschen genauer erklären. Jedoch bedarf es natürlich sehr, sehr viel Zeit, so eine Strategie auch zu meistern. Und wenn ihr Lust darauf habt, dass ihr vielleicht mit mir mal zusammen tradet, beziehungsweise ich euch dabei helfen kann, solche Strategien langfristig auch zu meistern, dann schreibt mir gerne einmal an der Stelle hier unten mit dem Namen auf Instagram. Da kann ich euch dann gerne noch mal ein bisschen mehr zu der ganzen Thematik erzählen. Jetzt machen wir mal weiter mit der Strategie und dafür ist es wichtig, dass wir das Ganze in verschiedenen Timeframes berücksichtigen. Denn viele Leute versuchen sich immer nur auf einen Timeframe-Stropide zu konzentrieren und generell dann auch nur in diesem Timeframe zu traden. Aber das ist vor allem im Forex-Markt in meinen Augen ein sehr, sehr schwieriger Ansatz beziehungsweise für die Strategie, die wir uns heute angucken, eher unpraktisch. Denn wir gucken uns heute verschiedene Timeframes an. In der Theorie, wie funktioniert erstmal diese Strategie? Das Erste, was wir erstmal feststellen müssen, ist übergeordnet, ob wir uns in einem Trend befinden. Wie wir jetzt hier sehen, ist das Ganze natürlich der Fall, denn wir befinden uns hier ganz klar in einem Abwärtstrend. Grundsätzlich auch zu sehen ist natürlich, dass wir hier unten unseren Boden einmal geformt haben, welcher historisch auch sehr, sehr stark zu erkennen war. Das heißt, wir wissen erstmal grundsätzlich, dass wir uns in einem Short-Trend, ja sage ich mal, beziehungsweise in einem Abwärtstrend befinden. Das ist natürlich hier relativ einfach zu erkennen. Je nachdem, aber nicht immer einfach und genau deswegen greifen wir auf den höheren Timeframe zurück. Wir könnten jetzt diese Strategie auch im höheren Timeframe anwenden, genauso wie aber auch im kleineren Timeframe. Ich zeige euch einmal anhand eines Beispiels, wie denn das Ganze hier überhaupt funktioniert. Dafür gucken wir uns das Ganze jetzt hier einfach einmal an. An der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, denn ich habe gesehen, dass über 60% von euch da draußen diesen Kanal schauen, jedoch noch nicht abonniert haben. Das heißt, über 60% von euch da draußen interessieren sich bereits auch noch für das Thema Trading, haben jedoch noch kein Abo da gelassen. Von daher Leute, lasst gerne ein Abo da, lasst uns gemeinsam wachsen, lasst uns alle Leute da draußen in das Thema Trading reinholen, was wirklich eines der spannendsten Themen da draußen ist. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns einmal weiter die heutige Strategie an. Wir konzentrieren uns im Endeffekt darauf, dass wenn wir uns in einem Abwärtstrend befinden, dass wir grundsätzlich uns nach Short Trades aushalten. Das heißt, wir wollen uns hier primär auf Short Trades konzentrieren. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Denn wir schauen uns das im Endeffekt an. Eine Mischung aus Marktstruktur, also der sogenannten Market Structure und der Momentumartigen Breakout Theorie. Und diese funktioniert einmal wie folgt. Wir gucken uns hier das Ganze live einmal an im Chart und müssen den Chart an der Stelle natürlich auch verstehen und erkennen darauf hin, dass hier einmal in diesem Bereich der Boden geformt worden ist. Das heißt, das hier ist der Bereich, auf den wir uns konzentrieren und wo wir merken, dass der Markt hier sehr, sehr stark reagiert und wieder nach oben ansteigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist jetzt hier der Support, das wollen wir jetzt hier für Long Trades nutzen, was jetzt hier auch aufgegangen wäre. Jedoch befinden wir uns nach wie vor in einem Abwärtstrend und genau deswegen konzentrieren wir uns nicht auf Long Trades. Das heißt, wir wollen diesen Bereich einmal shorten. Jetzt sagen viele, okay, dann mache ich es wie folgt. Ich gehe einfach hin und gehe jetzt hier pauschal einmal short. Das wäre jetzt hier in diesem Beispiel auch einmal aufgegangen. Aber ich kann euch sagen aus Erfahrung, dass das komplett die falsche Herangehensweise ist, sondern wir hier nicht gierig in den Markt reingehen, sondern mit Geduld fungieren. Und genau aus diesem Grund warten wir, nachdem wir hier einmal nach unten ausgebrochen sind, dass der Markt wieder in unseren Bereich einmal reinkommt und genau dort platzieren wir uns dann für einen fortlaufenden Short Trade. Aber diesen auch nicht hier einfach, sage ich mal, aus der Theorie raus, dass wir sagen, okay, jetzt kommen wir hier wieder rein, wir gehen direkt short, sondern wir warten, nachdem wir in den Bereich reingekommen sind, dass der Markt hier mit einer Kerze nach unten ausbricht. Und das ist dann zu guter Letzt unser momentumartiger Entscheidungspunkt, dass wir hier in einen Short Trade einmal einsteigen. Das heißt, wir hätten uns jetzt hier in diesem Beispiel einmal nach dieser Kerze, das hier ist die Breakout Kerze, in dem Markt platziert, hätten unseren Stop Loss über dem ausgewählten Bereich markiert und dann hier mit einer großartigen beziehungsweise sehr guten Performance diesen Trade einmal in unseren Take Profit laufen lassen. Risikomanagement hier natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das gibt es hier mit verschiedenen Herangehensweisen. Ich persönlich bin immer eher ein Freund davon, etwas früher schon den ersten Profit zu ziehen. Das heißt, ich persönlich wäre hier wahrscheinlich mit einem 2 zu 1 bis 3 zu 1 Chancen-Risikoverhältnis gegangen, aber hätte mir hier mehrere Teilprofite bereits rausgezogen an verschiedensten Leveln, einfach um hier auch sicher zu sein, dass wir hier in diesem Bereich eventuell wieder nach oben gehen und hätte natürlich dann hier in dem Beispiel meinen Stop Loss einmal auf Break-Even gesetzt. So wäre ich an diesen Trade herangegangen und das können wir jetzt hier auch die ganze Zeit wiederholen. Das heißt, wir schauen, okay, wo formt der Markt denn hier seinen nächsten Boden und das markieren wir uns natürlich jedes Mal raus. Wir sehen hier, der Markt bricht nach unten und reagiert hier an der Stelle bullig. Das heißt, hier wäre jetzt unser nächster Bereich gewesen, wo wir gesagt hätten, wenn der Markt nach unten ausbricht und wieder hier hochkommt, dann wollen wir hier in ein Short-Rate reingehen und das wäre jetzt hier fast der Fall gewesen. Hätte man hier gambeln können aus Kerzensicht, an der Stelle schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mal eine Strategie zu Kerzenstruktur-Strategien haben wollt, dann gucken wir uns das auch gerne einmal an. Aber das Ganze haben wir jetzt hier leicht verpasst. Nachdem wir hier nach unten ausgebrochen sind, hat der Markt auch hier wieder einen neuen Boden geformt und zwar einmal in diesem Bereich. Hier haben wir gesehen, nachdem wir nach unten ausgebrochen sind, ist der Markt hier nach oben gegangen, hat dann hier erneut reagiert und damit hat sich dann dieser Bereich einmal geschlossen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter dann nach rechts gehen, sehen wir, dass wir hier an dieser Stelle durch diesen Bereich nach unten ausgebrochen sind. Und hier machen dann auch wieder viele den Fehler und steigen dann hier zum Beispiel einfach plausibel in den Markt ein. Hätte man das jetzt hier zum Beispiel gemacht und wäre hier einfach ohne Bedacht in einen Trade reingegangen mit einem versünftigen Chancen-Risiko-Verhältnis, wäre man hier definitiv in einen Stop-Loss reingelaufen. Und genau aus diesem Grund warten wir dann wieder darauf, dass der Markt in unseren Bereich reinkommt, gucken aber selbstverständlich darauf, wie der Markt weiter reagiert. Um ehrlich zu sein, wäre ich hier in zwei Trades eingegangen, denn wir haben hier den ersten Trade Breakout aus unserem Bereich gesehen. Und nein Leute, nicht jeder Trade geht auf, das ist ganz normal. Aber wir hätten auch hier mit einem gesunden Chancen-Risiko-Verhältnis das Ganze platziert, wären hier in ein 2 zu 1 bis 3 zu 1 Chancen-Risiko-Verhältnis gegangen und wären hier in diesem Trade mit einem Stop-Loss einmal rausgeflogen. Das Ganze wäre aber hier in dem Fall gar kein Problem gewesen, denn wir haben gesehen, dass das Ganze hier nun Fake war und wir hier wieder aus dem Bereich ausgebrochen sind. Das heißt, wir wären hier mit der nächsten Kerze wieder in einen Trade reingegangen. Hier hätten wir jetzt ein etwas anderes Chancen-Risiko-Verhältnis gewählt, sondern wir hätten uns hier über dem letzten High platziert, hätten dann hier wieder ein 2 zu 1 bis 3 zu 1 Chancen-Risiko-Verhältnis genommen und ihr seht, auch dieser Trade wäre jetzt hier einmal wunderbar aufgegangen. Das Ganze wieder mit verschiedenen Teilprofit-Bereichen, wäre also hier wieder perfekt, perfekt für uns aufgegangen. Wir hätten auch hier wieder unseren SL auf Break-Even gezogen. Das ist die Herangehensweise und die strategische Herangehensweise unserer Trading-Strategie. Ihr seht, das Ganze war jetzt hier im 1-Stunden-Chart und hat auch an der Stelle wunderbar funktioniert. Wir sind nach wie vor auch jetzt hier im Euro-US-Dollar in einem Abwärtstrend, sehen aber, dass wir hier unten unseren Boden geformt haben. Trotzdem befinden wir uns nach wie vor in einem Abwärtstrend und das wollen wir uns jetzt auch einmal hier angucken, denn hier sieht das Ganze jetzt nicht mehr so einfach aus. Denn wir sehen, wir kommen hier aus dieser Abwärtstrend-Formation, hätten uns hier unseren Bereich markiert, wären auch hier nach Breakout noch einmal wunderbar in den Trade reingekommen. Wir wären zwar hier mit der WIC nur abgeholt worden, ist aber gar kein Problem. Das heißt, dieser Trade wäre hier auch einmal wunderbar aufgegangen. Daraufhin sind wir aber jetzt hier etwas bullischer tendiert und dann wird das Ganze natürlich etwas schwieriger. Wir wissen natürlich nach wie vor, dass wir uns übergeordnet hier in unserer Abwärtstrend-Phase befinden und hätten auch jetzt hier bereits unseren nächsten Boot einmal geformt. Jetzt finden wir aber an der Stelle gar keinen Trade-Einstieg mehr. Genau an dieser Stelle kann man dann in die kleineren Timeframes einmal reingehen. Wir gehen jetzt hier einmal zum Beispiel zusammen in den 5-Minuten-Chart rein und gucken uns das Ganze dann einmal da an. Denn hier sehen wir jetzt, dass der Markt in einer Aufwärtstrend-Formation ist in dem kleineren Timeframe. Wir können hier sogar bis in den 1-Minuten-Chart einmal reingehen, wissen aber nach wie vor, dass wir in einer Abwärtstrend-Formation sind. Gucken wir uns das Ganze mal im 1-Stunden-Chart an, sehen wir, dass wir hier oben keine geschlossenen Kerzen in diesem Bereich haben. Gehen wir hier doch in den 1-Minuten-Chart rein, sehen wir, dass wir unseren Punkt hier nicht nur einmal, sondern zweimal angelaufen haben und somit hier in einer Double-Top-Formation einmal in den Markt reingekommen sind und hätten uns dann dementsprechend hier über den 1-Minuten-Chart nach Breakout, was hier gewesen wäre, in einen Short-Trade platzieren können, hätten auch hier wieder ein vernünftiges Chancen-Risiko-Verhältnis genommen und hätten auch jetzt hier zum Beispiel direkt den Boden, also den Support, aus dem übergeordneten Timeframe als unseren Take-Profit nehmen können. Ich persönlich wäre jetzt hier etwas, sage ich mal, weniger riskant reingegangen und hätte mein SL bzw. mein Chancen-Risiko-Verhältnis einmal so aufgesetzt und hätte mir jetzt auch hier die ersten Teilprofite rausgenommen. So könnt ihr das Ganze dann kombinieren, indem ihr hier auch mit kleineren Timeframes arbeitet, das heißt, ihr müsst euch nicht auf einen Timeframe beziehen, sondern könnt das Ganze auch mit verschiedenen Timeframes machen und hier hättet ihr jetzt zum Beispiel auch das Ganze nochmal anders formatieren können. Ihr hättet jetzt sagen können, okay, wir hatten hier den Breakout nach unten, dieser hat hier seinen Boden geformt, ja, hier an dieser Stelle ist daraufhin nochmal nach oben gekommen, ist nach unten gebreakoutet und ist jetzt hier wieder in den Bereich reingelaufen. Das heißt, auch hier können wir jetzt warten, ob wir diesen Bereich einmal nach unten durchbrechen und dementsprechend dann hier in einen neuen Short-Trade reingehen. So könnt ihr das Ganze hier auch jetzt mal live sehen, wie ich das Ganze sehe. Sollte der Markt jetzt nochmal hier nach oben gehen, dann kann es hier auch sein, dass wir hier einen Triple-Top formen, ja, in diesem Bereich. Es gibt jetzt also hier zwei potenzielle Short-Entries, einmal hier oben oder in diesem Breakout, wenn wir das Momentum-artige Breakout nach unten sehen. Dementsprechend müsst ihr dann hier in diesem Beispiel jetzt hier vor einem 1-Minuten-Chart natürlich auch live einmal vor dem Chart sitzen. Das ist die Trading-Strategie, die ich für Forex anwende, jetzt einmal in der, sag ich mal, grob erklärten Art und Weise. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt mir einmal auf Instagram, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um mehr solcher Videos zu sehen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.